Oh, cool! Oh, das ist... Oh, nice! Leute, die mir auf Instagram folgen, wissen, dass ich ein großer Fan der virtuellen Realität bin. Und es gibt angeblich VR-Games, die angeblich den psychedelischen Drogenrausch simulieren können. Und da ich das bis jetzt noch nicht getestet habe, werde ich das testen und beurteilen, inwiefern das an einen echten Drogenrausch rankommt. Für die, die noch nie eine VR-Brille probiert haben, beachtet bitte, dass die Game-Aufnahmen hier gleich sehen werdet. Keine akkurate Repräsentation von dem sind, was ich unter der Brille sehe. Weil unter der Brille ist das tausendmal mehr 3D und fühlt sich sehr viel echter und einfach krasser an. Mann, da steht zu viele Sachen! Ich will einfach nur trippen und ich will mir jetzt da keine Erklärung durchlesen. Ah, cool, jetzt kann ich hier. Oh, wow! Ah, jetzt kann ich da oben lagern! Oh, cool! Ich habe jetzt das Game genügend getestet, um sagen zu können, dass das Game leider gar nichts mit einem psychidellischen Trip zu tun hat. Ja, das Game hat so ein bisschen ein abgespacedes Design, aber sowas hat ja nicht wirklich was mit einem Drogentrip zu tun. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, ich habe mir gerade noch ein anderes Game gekauft, das noch mehr darauf ausgelegt ist, angeblich einen Drogentrip zu simulieren, also vor allem beim psychidellischen. Ich habe da auch gerade einige Testberichte dazu gelesen, ohne mir da jetzt irgendwie Game-Footage anzuschauen. Und ein paar Leute waren scheinbar von diesem Game ziemlich begeistert. Mit denen kann man sowieso nichts machen. Ich könnte jetzt sagen, das Ganze schaut so aus wie so ein bisschen so ein Visualizer von Musik, wie man das kennt. Aber das würde ihm nicht gerecht werden, weil das hat schon sehr viel mehr Dreidimensionalität. Wenn ich hier was sage, dann ist da immer so ein Echo in meinem Ohr. Also ich höre so alles doppelt und alles wiederholt sich so. Und ich sehe hier lauter bunte Sachen. Das ist etwas verwirrendes. Es kommt jetzt nicht irgend so was wie angenehme Musik, so wie ich sie mir gönnen würde, wenn ich dritten würde. Teilweise erinnert es an irgendwie Windows Screensaver, so von früher. Wenn ich mich bewege, dann ergeben sich so Schlieren, als wenn ich jetzt Musik anmache. Ok Google, spiele Musik. Ok Google, stopp. Ne, das passt nicht so. Da könnte einem schlecht werden bei dem, was ich gerade sehe. Da geht's ab, wenn man so macht. Dieses Game hatte definitiv trippige Elemente. Ich habe zwar noch nie so Dinge gesehen, wie gerade in dem Game bei einem Trip, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn man bei psychedelischen Drogen eine sehr hohe Dosis nimmt, dass man dann irgendwas in die Richtung vielleicht sieht. Insgesamt muss ich sagen, dass ich auch von diesem Game enttäuscht wurde. Ich habe gerade 30 Euro für den Beta-Zugang zu diesem Game gezahlt und dann habe ich sowas bekommen. Echtes LSD ist da deutlich billiger. Ich verstehe nicht, warum es zu dem Game einige Artikel gibt, in dem die Autoren das Game ziemlich feiern. Dieses Game Soundself macht nicht mal Gebrauch von den Controllern. Da hätte man es doch genauso gut nur auf irgendeiner Handy-VR-Plattform veröffentlichen können, dass man so mit Google Cardboard oder so sich reinzieht. Eine letzte Hoffnung habe ich aber noch. Ich habe mir gerade das Game A Large Quantity of Mushrooms gekauft. Allein vom Titel hört sich das schon sehr vielversprechend an. Schauen wir mal, was sich hinter diesem Titel versteckt. Oh, ich habe Klötze als Hände. Oh, cool, da könnte ich jetzt die Shrooms essen. Das ist geil. Oh, eat me. Oh, yum, 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 yum. Ah, krass. Ja, jetzt verändert sich meine Sicht auch immer mehr. Ich will aber jetzt nicht unbedingt sagen, dass mich das an einen Shroom-Trip erinnert. Oh, cool, jetzt hebt sich die... Oh, cool, also das schaut cool aus, was ich da hinten sehe. Oh, das ist ganz cool, muss ich sagen. Oh, cool, okay, das schaut cool aus, das schaut cool aus. Und der Sound, der dazu kommt, der ist auch richtig geil. Da kommt gerade so ein richtig cooler Beat. Oh. A Large Quantity of Mushrooms. Oh. Oh, cool, jetzt stürzt mich da ab. Und jetzt ist hier wieder das Haus. Das Wasser schaut auch ziemlich cool aus. Cool. Schaut alles ganz so magisch aus. Ach so. Oh. Wenn ich jetzt... Oh. Mysteriös. Geht auf die Tür. Oh. Die trippt gerade mit mir. Hier so. Das ist voll so dieses... Die hat sich auch was reingeschmissen. 100 pro. Blaue Pupillen so drauf ist die. Oh. Jetzt ist auf einmal alles voller Blasen. Oh, hier sind noch ein paar Schwungs. Oh. Oh. Okay, ich habe gerade jetzt ernsthaft kurz Gänsehaut. Es ging mir gerade ernsthaft kurz Gänsehaut über den ganzen Körper. Das war jetzt schon krass. Wow. Das... Das... Das ist... Das ist sick, man. Schlüssel auf. Was du? Oh. Kaas. Oh. Hot sabes. Okay. oh cool das ist oh nice geil also seit sich wirklich gerade ziemlich geil an der saun ja ich muss sagen die ersten zwei games waren ziemlich enttäuschen das dritte war aber eigentlich ganz nice natürlich ist ein echter psychedelische trip noch mal was ganz anderes aber das letzte game hat es geschafft mich in diese typische mystische psychedelische stimmung zu versetzen nice das game hat es an manchen stellen tatsächlich geschafft richtige gänsehaut zu erzeugen zb diese eine stelle wo man so einen gegenstand hochhebt und dann verändert sich die welt um einen herum auf einmal auf eine drastische weise und man rechnet überhaupt nicht damit ich habe noch mal nachgeschaut das game hat eine nutzer review bis jetzt also scheinbar bin ich so ziemlich der einzige der dieses game gezockt hat ja ich glaube ich lasse dem game nachher auch noch eine positive bewertung da falls ihr eine vr brille habt checkt das game mal aus ich denke dass demnächst sehr viel mehr solche games kommen könnten es ist da ein sehr großes potenzial einen trip mit einer vr brille zu simulieren ich denke man kann es da schon so machen dass es sehr nah an einen echten trip rankommt zumindest optisch einige vr brillen haben ja eine kamera eingebaut und ich hoffe dass diese kamera irgendwie in diesen games mal verwendet wird da kann man bestimmt auch sehr gute sachen machen da ich ein so großer vr fan bin habe ich vor bald noch ein ausführlicheres vr video zu machen ich finde irgendwie die vr erfahrung kann man schon in vielen hinsichten mit drogen vergleichen falls ihr euch auch eine oculus rift holen wollt würde es mich sehr freuen wenn ihr dies mit dem affiliaten kauf link in der video beschreibung macht ich suche immer leute mit denen ich mein lieblings vr game echo arena zocken kann also falls ihr eine brille habt lasst uns freunde auf oculus werden und dann gemeinsam zocken wenn ihr nicht nur ein open mind habt sondern auch ein open mind 3000 dann abonniert diesen kabal